Munition ist ja ein ganz heißes Thema. Manchmal fragt man sich, gibt es überhaupt noch was zu kaufen? Und ich kann mich an unsere Reise nach Finnland erinnern, lieber Volker. Es ist mittlerweile mit der Munition manchmal nicht ganz einfach, genau die richtige zu finden oder auch beliefert zu werden. Wie sieht das jetzt bei Sarko aus? Ja, natürlich ist das im abgelaufenen Jahr schon ein Problem gewesen. Und ich sag mal, die Situation wird sich auch in 2023 noch nicht ganz entspannen oder entzerren. Da wird es auch nochmal mit dem einen oder anderen Problem, da muss man sich auseinandersetzen. Aber generell sehe ich schon Licht am Ende des Tunnels. Zumindest hat man das signalisiert, Gespräche mit Sarko kurz vor Weihnachten haben die noch stattgefunden. Also wirklich bis zum Jahresende wurde hart gearbeitet und da wurde mir signalisiert, dass es doch besser werden soll. Okay, kommen wir mal kurz zum Produkt. Die Sarko Powerhead Blade, ich weiß, wir haben die auch schon zwölf Monate im Einsatz. Das ist wirklich eine leistungsstarke Munition. Willst du nochmal in kurzen Sätzen nochmal zusammenfassen, was diese Munition kann? Für welche Jagdart die geeignet ist? Ja, die Powerhead Blade, kurz erklärt, ist eine eigene Entwicklung von der Firma Sarkoi, von dem Direktor Aki Suvilati mit seinem Team von Ballistikern und Physikern. Und ihnen ist da wirklich ein großer Wurf gelungen. Man hat ein bleifreies Geschoss entwickelt, was außerordentlich gut performt, was die Präzision angeht. Und hier muss man ganz klar sagen, wenn ich Präzision anspreche, kann ich das wirklich sagen, aus allen Waffen. Es gibt Patronen, die schießen aus einigen Waffen sehr gut, aus anderen weniger. Aber wir haben den Erfahrungswert bei der Powerhead Blade, dass die wirklich aus allen Waffen wirklich performt. Also Präzision, schon mal Punkt 1, sehr genau. Punkt 2, Wirkung, eigentlich viel wichtiger. Und das ist das, was eigentlich gigantisch bei der Blade ist. Wir haben ein exorbitant gutes Feedback von den Anwendern, von den Kunden, von Jägern, auch von Berufsjägern, was die Wirkung der Patrone angeht, die wirklich keine Wünschen offen lässt. Okay, Volker, ich muss trotzdem nochmal nachhaken. Kann das möglicherweise damit zusammenhängen, ich glaube, im Beretta-Konzern ist ja Sarko die einzige Marke, die neben Waffen auch Munition herstellt. Spielt das da vielleicht ein bisschen mit rein? Klar hat man natürlich den Vorteil, wenn man Hersteller ist von beiden, Waffen und Munition, was außer uns ja nur noch Remington macht, in den Vereinigten Staaten, hat man natürlich gewisse Synergien, die man da austauschen kann. Das ist schon richtig. Okay, dann noch eine andere Geschichte. Du hast gesagt, dass die Munition aus allen Waffen eine sehr, sehr hohe Präzisionsleistung hat, aber auch die Entfernung oder besser gesagt die Schussentfernung. Wir haben das ja selber über zwölf Monate jetzt auch mal getestet. Wir hatten die Munition auf der Drückgacht im Einsatz, beim Ansitz, auf der Pirsch und sogar auch im Gebirge. Du hast mir eine Geschichte erzählt, dass es halt einfach auch Schussentfernung bis 250 Meter möglich sind. Geht das, wo würdest du die eingrenzen? Ist das so ein Allround-Geschoss? Ja, das ist natürlich bei Büchsenpatronen immer sehr, sehr stark abhängig, auch vom Kaliber und der Ballistik des Kalibers, sodass man sagen muss, hier schläft man nicht, hier wird weiterentwickelt. Dahingehend zum Beispiel bei der 308 haben wir begonnen mit einem 10,5-Gramm-Geschoss. Das wird jetzt erweitert mit einem 9,7-Gramm-Geschoss, was du gerade angesprochen hast für die Gebirgsjagd. Wenn ich bei dem 10,5 sage, bei 250, okay, da sollte man es dann belassen. Dagegen bei dem 9,7 kann man sagen, da geht es dann da halt noch weiter. Okay. Sodass da auch was für die Gebirgsjagd oder für Schüsse auf weitere Entfernung, Neuentwicklungen von Geschossen kontinuierlich jetzt nachfolgen werden. Okay, gut. Wenn ihr mehr wissen wollt zur Sarko-Munition, einfach nochmal bei Euphar Hunters, Euphar Shooters die Tageszusammenfassung durchlesen oder halt einfach auch unsere Erfahrungsberichte, die wir jagdlich mit der Sarko-Powerheadhead erlebt haben. Vielen Dank. Gerne.